Wer schreibt denn hier? Was glaubst du? Wir sollten heiraten. Ich glaube an die Macht von Joy Division. Ein verficktes Halleluja. Vergesst nicht, das hier ist live. Also keine Schimpfhörter, sonst drehen die euch den Saft ab. Was ist mit fette Hundeklöten? Ist das okay? Wir haben dich sehr vermisst, Ian. Danke, Ian. Es war gut. Ich stehe da oben und singe. Ziemlich genial sogar. Aber niemand hat eine Ahnung davon, wie viel es mich kostet. Und welche Auswirkung das auf mich hat. Ich wollte nie, dass die Sache so groß wird. Raus hier! Ich habe keine Kontrolle mehr. Ich liebe dich. Und was heißt das? Du betrachtest das Leben in einem seltsamen Fremdenraum. Ist dies der Beginn von allem. Danke fürs Zuschauen. Verratet uns gerne unten in den Kommentaren eure Meinung. Wie fandet ihr das Video? Lasst gerne ein Like da und auch ein Abo. Und vergesst dabei nicht, das Glöckchen zu aktivieren. Willkommen im Leben in dir. Bitte an polarize mich. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich und die Leute. Bitte an dich. Schuss, was meine Lieber. Objektivier. Bis zum nächsten Mal. phitBUist. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Nicht gedrae.